Ja liebe Gäste, herzlich willkommen zu der Best-of-Swiss-Gastro-Sommer-Party! Viel Spass, gerne Glas! Der Chefenetzer von Best-of-Swiss-Gastro, Andreas, dein Applaus! Schön, dass du da bist! Das ist ein Megagefühl, wenn ich so viele strahlende Gesichter schaue, das ist... Die Gastronomie ist ein wichtiger Bestandteil für Glatzen, ein wichtiges Marktsegment von Glatzen. Lieber Andreas, es ist wieder, wie jedes Jahr, ein wunderschöner Abend! Es ist mega schön, es ist wirklich mega, mega schön! Man kann sich ein bisschen austauschen und vor allem eben ein bisschen Tipps holen, dass man mir vorher gesagt hat und sagen, hey, was haben denn ihr gemacht, wieso, was ist besser, was ist schlechter, was bringt es mir überhaupt und das ist eigentlich mega schön! Und endlich einfach wieder mal ein Zusammenkommen und ein Get-so-Ghetto und ein Glas Wein trinken, das ist doch auch immer schön in unserer Branche! Heute auch ein paar coole Produzenten kennengelernt, die wir sicher in Zukunft weiterziehen. Man sieht wieder die Leute lachen, es ist wieder etwas in Aussicht, man darf wieder loslegen. Fabricity, die den Background von Best of Swiss Castro macht, die machen einen unheimlichen Job das ganze Jahr durch. Klar macht das Team einen super Job, aber eigentlich ohne den Best of Swiss Castro hätten wir die Zahlen auch nicht hingehen, unmöglich! Highlights, Leute, Stimmung, Nominierung! Hoi hoi! Applaus Applaus Untertitelung des ZDF, 2020